Geisterakten können beginnen. Willkommen auf jeden Fall an alle hier. So, was haben wir denn hier? Cruzefix? Oh, wer mag die Cruzefix-Mission? Niemand! Wir haben gar keine Cruzefixe. Wow, wir sind so gut und haben nicht mal Cruzefixe. Wir haben schon vorgesorgt. Wir sind am besten vorbereitet. Ja. Ja, dann will die machen. Brauch mal nicht. Bewegungs-Sensor haben wir auch nicht. Geister-Event. Geister-Event ist easy. So, dann schauen wir doch mal. Hört ihr mich hier? Toppelt jetzt? Hallo? Hallo? Hallo. Tommi höre ich nicht, oder? Also ich höre Tommi das nicht. Sollen wir dann über Discord reden? Ich höre Tommi nicht. Hast du mich gerade drüber gehört in dem Spiel? Ja, ich habe dich in dem Game gehört. Ich kann nicht mit dem Geist reden, ich kann da nicht mit dem Geist reden. Was hast du schon wieder gemacht, Tommi? Also ich habe die falsche Soundquelle aktiviert. Es kann sein, dass es irgendwie Lobby buggt. Ich bin mir auch nicht gerade sicher, ob ich die Kurve was gelöst habe. Leute, guck mal, ich habe die Kapuze aufgenommen hier. Das ist der Knochen hier, ne? Seit wann kann man denn die Kapuze aufnehmen? Neue Update. Wer weiß. Stimmt ein Küchengeist. Ach, man kann jetzt hier alles aufnehmen, oder was? Ich bin jetzt der Poltergeist hier. Ja, in der Garage ist der Geist. 5 Grad, 8 Grad. Er soll es durch die Gegend werfen hier. In der Garage, oder was? Okay. Ja, in der Garage. Da komme ich mal mit dem EMF vorbei. Ja, ja. Hallo? Bist du hier? Der ist hier. Der steht hier vor mir. Der zeigt sich. Hat einer ein Foto? Ich hoffe mal, äh, das hat geklappt. Ey, der macht immer noch Geräusche. Hast du ein Foto gemacht? Ja. Ich bin schon drauf. EMF 4? Also, EMF ist auf 4 gewesen. Aber nicht auf 2. 2? Äh. Aber 4 ist immer ein gutes Zeug. Wir hätten hier so eine, äh, Unordnung gemacht. Der Poltergeist. Das war ich? Ich war der Poltergeist. Achso, ich kann das ja da legen lassen, erstmal das EMF. Ja, ihr müsst mit dem Geist reden. Beim Make-Up das wahrscheinlich gar nicht. Das ist ja, der hat mich gefragt, ob er da ist. Hier, Gefriertemperaturen, oder? Ich sehe doch niemanden Atem. Also, schon mal Gefrier. Schreib ins Buch. So, holen wir erstmal mal ein paar Sachen ran hier. Sasa, servus, Schlaumi. Wie geht's hier? Was geht ab? Was geht ab? Schlaumi, erzähl. Morgen bin ich wieder voll am Start. Auf jeden Threadman. Gute Nacht, schlaf gut, ne? Wir hören uns morgen. Schauen wir ab und zu mal rein. Den Content interessiert mich halt nicht so stark, da ich kein Apex mehr spiele. Dein Stream ist aber mega chillig. Ey, Mario, danke. Freut mich, dass du ab und zu mal reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Was sagst denn du im Moment dann? Wenn dich Apex im Moment nicht so tangiert, sag ich mal. Hey, hier ist ein Poltergeist. Der hat alles hingeworfen. Das war doch locker ein Poltergeist. Redet ihr auch mit Gruppen? Hat einer von euch geguckt? Nö, ehrlich nicht. Da haben wir die Kamera stehen. Dann lass mich mal alleine mit dem Reden. Ich mach mal hier, dass ich ja mal rauskomme. Kameranstellen. Hallo, kannst du mich hören? Antworte mir bitte. Bist du hier? Mach mal Licht aus. Kannst du mich hören? Bist du hier? Wie viele Leute sind in diesem Raum? Wie alt bist du? Wurdest du hier ermordet? Was war nochmal das? Genau, letztens. Geist du, dass wir gehen? Sollen wir gehen? Geist, Geist, Obst und bestätigt. Ja. Willst du uns umbringen? Geist, Obst, okay. Phantom, Mare oder Jurei. Warte mal, da muss ich mal gucken, was es überhaupt noch für Beweise geben kann. Voi ist Buch. Mare ist Getrie, nee, Geisterbox. Phantom, Mare, Jurei. Phantom ist EML 5. EML Buch oder Box. Okay, Box hat bis jetzt auf jeden Fall noch nicht reagiert. EML F hat ich einmal auf 4. Kannst du mich hören? Bist du hier? Zeig dich bitte. Zeig dich. Kannst du mich mal erschrecken? Also ich glaube, der redet nicht. Will mal einer von euch versuchen? Der redet auf jeden Fall mit mir nicht. Ich glaube, bei mir klappt es gerade nicht. Der redet aber auch mit Gruppen. Gruppen, ja. Naja, aber mit mir redet der gar nicht gerade. Im Buch steht auch nichts? Nee, im Buch steht auch nichts. In was Fall ist es jetzt mit dem Buch? Kannst du ins Buch schreiben? EMF, ne? EMF, ja. Wie alt bist du? Oh, er macht dir Zeichen in die Küche, Leute. EMF ist hier auch auf 2. Kannst du mir ein Zeichen geben? Hallo. Hallo. Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Schreib ins Buch. Kannst du ins Buch schreiben? schreiben kannst du mir ein zeichen geben er hat kein bock auf uns gerade er jagt oder ist nicht hier gespawnt wo kam der her ich habe sie gar nicht gesehen der war übelst schritten auf einmal haben wir das geändert ich habe ich habe den geist nicht gesehen ich stand hier im auto oder der ist nicht hier gewesen ich darf einmal höre ich nur ganz laute schritte hier stand er bei mir hier stand er bei mir da bist du umgekippt ich hab den nicht gesehen der war super schnell irgendwie ich hab nur ganz schnell schritte gehört und da 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 habe ich tot hat mal zeichen nehmen hier hätte richtig bock er war richtig flash alles klar rote kann er ja auch im f zeugen er war super schnell ich habe den echt nicht ich habe die ganze geguckt habe ich nicht gesehen der muss ist er gekrochen war der so einer der auf dem boden ist und kriecht naja das war so eine situation mit huse so okay ich habe sie nicht gesehen ohne witz ich wollte eigentlich hinterm auto stehen und wenn sie kommt wollte ich halt mit ihr ums auto tanzen aber ich habe sie nicht gesehen nur panik da haben wir alles was wir brauchen ja kriegen können eingetragen können abfahren und wunder ein spiel ist man hier gestützt ich hoffe es bleibt so haben wir noch musik an ja fällt ja früh auf musik misaki keiner sagt was das musik läuft so vielen dank fürs schauen der weißer jagd akten wir sehen uns auf jeden fall bei der nächsten episode wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like und ein follow da auf youtube peace peace